Hallöchen, wir bieten jetzt auch Level Service für das Spiel War of Immortals an. Für alle Server, ihr geht einfach auf cd-keys.at, auf Start, unten auf Level Service, dann War of Immortals. Beim Bestellen müsst ihr aber aufpassen, zeige ich euch gleich. Gleich geht's auf. So, seid ihr unter 50, kostet jedes zehnte Level nur 10 Euro. So, seid ihr über 50, kostet jedes zehnte Level 18 Euro. Ne? Alles klar. Für 10 Level brauchen wir nicht lange. Ich würde sagen, puh, halbe Stunde vielleicht, 20 Minuten ungefähr. Ne? Alles klar, dann einfach bestellen und Charakternamen mit angeben und so, Server mit angeben, damit wir euch finden und dann geht's los. Bis dann, euer GameMogul. Ciao, ciao.